1- mensenang, 1-mal-mal-mal, 2-3 Als der PURKA интерsitoriert ist der Niederländer Amadeus 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 Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastik-Money-Animo. Die Banken gegen ihn, woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann, der Frauen und Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war super populär, er war zu excited, genau das war sein Flair. Er war ein Wurzeln, war ein Rocky Dole. Amadeus auf der Haute Kappen, rock me up, beat the Stuby.